Es war am 24. August 2009. Meine Beziehung zu Debbie war gerade jetzt ein paar Stunden alt, offiziell. Ich saß in Basel, beim Bahnhof, so in einem Perkli, ein paar Meter von uns entfernt, fuhr das letzte Tram ein, mit dem ich in Rien, in den Basel-Badisch-Bahnhof, noch Anschluss nach Riendorf hatte, wo ich damals wohnte. Und ich war vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Soll ich jetzt gemütlich in Richtung Bett fahren mit diesem Tram oder noch ein paar Minuten mit meiner ersten Freundin verbringen? Und ich habe mich damals für den 3-Kilometer-Fussweg entschieden, für die paar Minuten. Ich war so verliebt. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, so die erste Liebe. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern noch, wie das war damals, was ihr gesagt und gedacht und getan habt und welche Gefühle da waren. Heute geht es um das Thema zurück zur ersten Liebe. Wir starten heute, wie bereits erwähnt, mit dieser Prediktserie über die Sendschreiben. Die stehen ja in Offenbarung 2 bis 3. Und wer die Bibel dabei hat, kann mal aufschlagen. Offenbarung 2 und 3. Das sind Briefe, die Jesus selbst diktiert hat. Ich finde das noch faszinierend. Wir haben ja sonst keinen Brief an die Gemeinden von Jesus direkt. Das sind Briefe, die hat Jesus selbst diktiert. Sieben Briefe an sieben lokale Gemeinden, damals so im Raum Kleinasien. Ganz konkret in die Situation der Gemeinde hinein. Aber bei jedem Brief steht am Schluss, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gemeinden. Allen Gemeinden, allen Zeiten. Und darum sage ich, dieser Brief hier ist ein Brief von Jesus Christus an die FWG Aarau. Und wir wollen in dieser Prediktserie darauf hören, was Jesus der Gemeinde damals konkret gesagt hat und was der Heilige Geist heute uns als Gemeinde mitteilen möchte. Und ich möchte dafür beten, dass wir das auch hören dürfen, was Jesus uns heute sagt. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du zu uns sprichst, uns offene Herzen schenkst. Ja, wer Ohren hat, und ich sehe hier nur Menschen mit Ohren, der soll jetzt hören. Und wir wollen auf dein Wort hören. Schenk uns die Bereitschaft auch umzusetzen, was du uns heute sagst. Amen. Wir lesen Offenbarung 2, Abvers 1 bis 7. Da steht, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt er, da hält die sieben Sterne in seinen Rechten. Der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiss, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, er höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wollen wir in dieser Predigt anschauen zuerst, wofür lobt Jesus die Gemeinde in Ephesus. Dann, wofür tadelt er sie und wozu fordert er sie auf. Schauen wir uns zunächst das Lob an für die Gemeinde in Vers 2. Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Arbeit, die Krampf, deine Bemühungen, deine Ausdauer. Ich kenne, wie du dich investierst. Im Sommerfest haben einige von euch sich unglaublich investiert. Jemand hat mir gesagt, wir haben richtig gekrampft. Es tut doch so gut, wenn man dann so hört, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Mühsal, die Krampf so. Ich kenne deine Geduld. Viele von euch setzen sich unglaublich ein hier in der Gemeinde so. Krampfe. Und was bekommt man dann? Manchmal nicht man ein Danke, oder? Manchmal hört man sogar noch, was man besser machen sollte. Dann denkt man, aber ich habe mich doch so investiert. Ich hätte meine Zeit auch anders verwenden können. Und da kommen all die Gedanken auch. Vielleicht kennt ihr die auch, ich kenne die. Und man denkt so, gerade du und so. Mach nix mehr und so. Und dann liest man, und ich kenne deine Werke, deine Mühsal und deine Geduld, dein Ausdauer. Es ist nicht gerade immer gerade alles herrschmeissig. Ich kenne das. Es tut so gut, das zu hören, oder? Jesus das so sagt. Jesus sieht es, wie du dich einsetzt bei uns in der Hüte, dem Kids-Treff, Team-Treff, Ameisli, Jungschi, Sio, Ige, Frauenfrühstück, Sechz, Plusseh- und Familienarbeit, Beamer, Technik, Büchertisch, Gastro, Rumpflege, Musik, Mission, Ausländerarbeit, Klinggruppe, Finanze, Gebärztin und alles, was ich noch vergessen habe. Jesus sieht es, wie du dich da einsetzt. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber ich bin so schwach. Und ich habe nicht so die Kraft dazu. Und dann ist es auch gut zu hören, so, ich kenne deine Werke, ich kenne deine, ich weiss, wie es dir geht. Es tut so gut, wenn es einem nicht so gut geht und man vielleicht gar körperlich schwach ist, psychisch am Anschlag, so zu hören. Jesus sagt dir, ich kenne deine Situation und ich halte dich in meinen Händen. Dafür lobt Jesus die Gemeinde, für wie sie sich einsetzen. Das Zweite, wofür Jesus die Gemeinde lobt, ist, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel. Sind es nicht. Hast sie als Lügner befunden. Man nennt das, was Jesus hier beschreibt in der Theologie, Gemeindezucht. Boah, vielleicht ein bisschen schöneres Wort, Gemeindedisziplin, so, Disziplin in der Gemeinde. Und ja, es ist das, was Jesus selbst eingeführt hat. In Matthäus 18 sagt er zu seinen Jüngern, wenn dein geistlicher Bruder oder deine geistliche Schwester sündigt, dann geh auf sie zu und sage, mach das nimm. Tue Busse. Busse tun heisst, sieh diese Sünde ein und dann lebe anders. Also geh auf deinen Bruder, deine Schwester zu und sag, hey, komm wieder zurück auf den rechten Weg. Nicht so etwas, was wir gerne hören, so in einer Predigt, oder? Heute herrscht ja so die Meinung, also mir muss dann ja niemand etwas sagen, so. Also ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, oder? Jemand sagte mir mal, Matthias, wenn du mich für das verurteilst, dann wechsle ich die Gemeinde. Es gibt genügend Gemeinden, die mich dafür nicht verurteilen. Das ist doch die Haltung heute, oder? Es darf mir ja niemand etwas sagen, so. Aber es geht gar nicht ums Verurteilen. Verurteilen ist ja so der Gedanke, ich stelle mich über dich und sage, was du Schlechtes getan hast, zeige so mit dem Finger auf dich und innerlich denke ich, ich bin dann schon nicht so wie du, oder? Das ist nicht damit gemeint. Dass wir den Bösen nicht ertragen, weil wir halt nicht die Bösen sind, oder? Es geht darum, dass wir sagen, so wie du lebst, so entfernst du dich mit jedem Schritt von Gott. Du entfernst dich aus der Gemeinde. Und es ist Liebe, das jemandem zu sagen, denn es steht nichts weniger auf dem Spiel als die Ewigkeit. Es ist Liebe und natürlich, wenn es Liebe ist, sollte es auch liebevoll geschehen. Demütig, liebevoll, geduldig. Ich habe mir so überlegt, kann Jesus die FWG Aarau in diesem Punkt loben, dass er heute sagt, ihr ertragt die Bösen nicht in eurer Mitte. Nun, ich überlasse euch das Urteil, aber ich möchte von einer Gemeinde erzählen, die gibt es heute. Und da meine ich, wahrscheinlich würde Jesus diese Gemeinde loben. Es ist eine Gemeinde, da sagt der Pastor, wir versuchen in unserer Gemeinde in permanenter Rechenschaft miteinander zu leben. Dass wir miteinander unterwegs sind und man darf auch einander ins Leben sprechen. Er hat dann gesagt, ja, das kommt halt daher, dass unser Herz zur Selbsttäuschung neigt. Jeremia 17,9 Trügerisch ist das Herz. Oder? Wir haben vielleicht schnell mal das Gefühl, ich bin ja schon richtig gut unterwegs so. Und unser Herz täuscht uns. Und da hat es Gott in seiner Weisheit und Liebe bestimmt, dass es Geschwister gibt, die mich dann auch darauf hinweisen sollen, wenn mein Herz mich täuscht. Eben in dieser Gemeinde, da wurde ein Mann Mitglied, bei dem hat sich kurz darauf herausgestellt, dass er die ganze Gemeinde schwer belogen hat. Nicht nur die Gemeinde, auch den Arbeitgeber, den Staat. In der Gemeinde wusste man das dann. Und dann wurde dieser Mann aufgefordert, das in Ordnung zu bringen. Er hat sich geweigert. Er wollte nicht zur Wahrheit stehen. Und da hat die Gemeinde etwas gemacht, was gar nicht so beliebt ist. Er hat gesagt, wir können dich ab jetzt nicht mehr als Mitglied des Reiches Gottes bestätigen. Wir können das nicht mehr sagen. Das ist Mitgliedschaft, oder? Mitgliedschaft heisst in erster Linie, jemanden bestätigen als Teil des Reiches Gottes. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Das zu deklarieren. Das ist ein Indizienprozess, sagt man dem vielleicht. Man kann ja nicht ins Herz sehen. Man sagt, so alles, was wir sehen, okay, wir bestätigen, du bist ein Kind Gottes, du gehörst dazu. Und in diesem Moment konnte die Gemeinde das nicht mehr sagen. Und darum haben sie diese Person aus der Gemeinde ausgeschlossen. Es war ein trauriger Tag für die ganze Gemeinde. Was ist dann passiert? Ein Jahr später schrieb dieser Mann ein Mail an einen der Ältesten. Er schrieb, ich zitiere, Ich war zu stolz und zu stur. Mein Stolz ließ mich denken, Gott selbst würde schon irgendwie diese Sache bereinigen. Ich ging einfach weiter auf meinem Weg. Und das Ergebnis, ich fand keinen Frieden. Lass ein paar Sätze aus und dann am Schluss. Ich habe gebetet, dass Versöhnung stattfindet. Bitte zeige mir, was ich dafür tun kann. Ich sehne mich danach, wieder mit meiner Familie vereint zu werden. Ich vermisse euch alle. Das hat man gemacht. Man hat ihn so schnell wie möglich wieder als Mitglied aufgenommen. Das ist hier gemeint. Das Böse nicht dulden in der Mitte. Damit der Name von Jesus nicht verschmutzt wird. Nicht in den Dreck gezogen wird. Und damit ein Mensch sich nicht total von Gott entfernt, sondern umkehrt. Es geht also darum, dass der Böse umkehrt von seinen Werken. Jetzt haben wir gesehen, wofür Jesus die Gemeinde lobt. Und vielleicht, wenn wir jetzt verstehen, wofür Jesus die Gemeinde hier gelobt hat, können wir auch schnell mal nachvollziehen, wofür er sie tadelt. Vers 4 Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Wisst ihr, eine Gemeinde, die das Böse nicht toleriert, die für die Wahrheit einsteht, die so richtig klar ist, die sich einsetzt. Übrigens in Vers 6 steht dann noch, aber du hast für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Man nimmt heute an, dass diese Werke der Nikolaiten waren, dass man sagte, ist alles erlaubt, kannst so leben, wie du willst. Gott vergibt dir sowieso. So libertinistische Sekte. Und diese Gemeinde hat gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen für die Wahrheit einstehen. Bei uns tolerieren wir das Böse nicht. Eine solche Gemeinde steht in der Gefahr, die Liebe zu verlassen. Es ist alles ganz klar. Man setzt sich ein, man ist klar, man ist rein und man verliert die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Auswirkungen hat auf die Liebe für alle Menschen. Zuerst die Geschwisterliebe, dann die Menschenliebe, dann die Feindesliebe. Diese Liebe. Ephesus war damals eine Stadt mit etwa 250.000 bis 300.000 Einwohnern. Eine grössere Stadt damals. Und diese Stadt war das Zentrum des Artemis-Kultes. Es gab damals einen Tempel in Ephesus, den Tempel der Artemis, oder auch Diana-Römisch. Gilt heute als eines der sieben antiken Weltwunder. Diese Stadt war Zentrum des heidnischen Aberglaubens. Ganz schwieriger Boden für die Evangelisation. Und jetzt schenkt Gott in dieser Stadt eine Erweckung durch Paulus. Paulus hat gepredigt. Ein paar Jahre bevor Jesus diesen Brief schrieb. Er hat gepredigt. Zuerst in der Synagoge, da wurde er nicht so willkommen geheissen. Nach drei Monaten ging er in der Schule des Tyrannus und hat zwei Jahre gepredigt dort. Jeden Tag. Er hat gepredigt von Jesus. Von der Liebe Gottes. Er hat gepredigt von der Heiligkeit Gottes. Er hat gepredigt von dem, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus für uns gelebt hat. Dass er für uns gestorben ist. Und Gott hat diese Predigt bestätigt. Durch Zeichen und Wunder. Wir lesen davon von der Apostelgeschichte, dass man das Schweißtuch von Paulus nahm. Man hat es auf die Kranken gelegt und die wurden gerade gesund. Ich weiss nicht, ob jemand gesund wird, wenn er dieses... Naja, wahrscheinlich das Gegenteil, oder? Aber bei Paulus war das so. Die wurden gerade gesund. Gott hat die Predigt so bestätigt. Und dann wurden die Menschen gläubig. Sie haben ihre Sünden bekannt. Jesus als Herrn anerkannt. Und es heisst, wie sie öffentlich bekannt haben, was sie alles Schlechtes getan haben. Ihren Aberglauben. Sie haben die Dinge mitgebracht, die sie so von Gott getrennt haben. Bücher. Magie und Esoterik und all das Zeug. Sie haben Bücher mitgeschleppt. Sie haben ein Erst-August-Feuer gemacht. So stelle ich mir das vor. Ein riesiges Feuer mit Büchern. Lukas beschreibt den Wert der Bücher, den sie dafür brannt haben, an einem Tag. mit 50.000 Silberlingen. 50.000 Tageslöhne. Die Mathematiker unter uns sind schon am Rechnen. 50.000 Tageslöhne. 137 Jahreslöhne. Also etwa 5 bis 10 Millionen Schweizer Franken umgerechnet. Zack! Verbrannt. Die waren so radikal. Jesus. Die Liebe zu Jesus. Und diese Gemeinde, diese Gemeinde war wahrscheinlich sehr begeistert dann zu Beginn. Was Jesus alles geschenkt hat. Diese Wunder. Diese Freiheit von diesen Gebundenheiten, von diesen dunklen Mächten. Und jetzt, ein paar Jahre später, du hast deine erste Liebe verlassen. Es geht so schnell. Und dann wird alles Gewohnheit. Ich kann mir vorstellen, wie die Gemeinde Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst ging und die Bibel immer besser kennengelernt hat. Sie haben sich eingesetzt. Sie haben immer besser gelernt, was Gott will. Und wahrscheinlich wurde es irgendwie zur Gewohnheit. zu einem Ritual. Einfach so. Man macht es halt, weil man es macht so. Es ist keine Liebe da. Nur Ritual. Keine Intimität. Vielleicht haben auch einige begonnen, Sünden im Leben zu tolerieren. Irgendetwas, was wichtiger ist als Jesus. Und dann wird die Liebe zu Jesus immer kleiner. Vielleicht, wenn irgendein Hobby plötzlich wichtiger wird, man nur noch Zeit hat für das Hobby, keine Zeit mehr für Gott und seine Gemeinde. Vielleicht der Partner, der so wichtig wird plötzlich im Leben. Oder eine Sucht, die man toleriert. Und die Liebe zu Jesus wird immer kleiner. Manche sind vielleicht auch enttäuscht worden schon von Gläubigen. Es kann auch bei uns heute so sein, oder? Man ist so enttäuscht von den Christen. Dann entfernt man sich immer mehr aus der Gemeinde. Und damit auch immer mehr von Jesus. Vielleicht sogar enttäuscht von Gott selbst. Denk Gott, warum erhörst du dieses Gebet nicht? Ich bin so enttäuscht. Und die Liebe erkaltet. Möchte ich heute fragen, hast du die erste Liebe noch? Ganz ehrlich, vor dir selbst, vor Gott. Wie nahe fühlst du dich, Jesus, im Moment? Wie sehr liebst du ihn? Letzte Woche schrieb mir jemand, könntest du für mich beten, für die Wiederherstellung des Kontakts mit Gott dann zurückgeschrieben und gefragt, geht es dir nicht gut? Dann schrieb er mir, ich fühle keine Liebe zu Gott. Nicht wie in Matthäus 22, 37, wir haben den Vers vorher schon gehört, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, all deiner Kraft. Ich fühle das nicht so. Vielleicht geht es dir ähnlich wie diesem jungen Mann. Du fühlst diese Liebe nicht mehr. Sie ist zum Verzweifeln. Wie komme ich wieder zu dieser Liebe? Oder vielleicht hast du dich auch schon längst damit abgefunden, dass es halt nicht mehr so ist wie am Anfang, als man voller Feuer war. Ich erinnere mich, als ich aus dem Sola Pradella nach Hause kam, vor 20 Jahren, war voller Feuer für Jesus. Ich habe ihm mein ganzes Leben gegeben und ich wollte die ganze Welt verändern. Und dann haben die Gemeindeglieder, nicht nur die Älteren, auch die Jüngeren, in meinem Alter und ein bisschen Älteren, haben gesagt, Matthias, das wird dann schon wieder normal. Erkennt ihr das so? Es wird schon wieder normal. Es vergeht dann schon wieder dieses Feuer. Was sagt jetzt Jesus dieser Gemeinde? Kommen zur Aufforderung. Vers 5. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Jesus sagt hier nicht, lass die ersten Gefühle wieder aufleben. So könnten wir vielleicht schnell mal denken, oder? Oh ja, die erste Liebe, ich brauche wieder diese Gefühle von damals. Nein, was sagt Jesus? Und jetzt eine kleine Klammerbemerkung an alle Ehepaare, die schon 30, 50, 70 Jahre verheiratet sind. Einfach schon ein bisschen länger so. Klammerbemerkung. Ich meine, diese drei Schritte können auch eine Ehe beleben. Klammer geschlossen, das ist heute nicht das Thema. Es geht heute um die Liebe zu Gott. Was sagt uns Jesus? Wie wir diese Liebe beleben können. Erstens, zweitens, drittens, drei Schritte. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Denke daran. Denke nicht ständig über das nach, was dich von Jesus wegtreibt, all die Sünden, diese Kälte. Denke nicht über das nach, sondern denke an das, wie es mal war. Erinnere dich wörtlich, erinnere dich, wovon du gefallen bist. Was war damals wichtig in unserem Leben? Es war doch wichtig, was Jesus getan hat. Zuerst einmal. Dass er für uns gelebt hat. Dass Jesus Christus perfekt, heilig, sündlos gelebt hat. Für mich. Er hat für mich den Gehorsam vollbracht. Und dann starb Jesus am Kreuz. Erinnere dich, was Jesus getan hat. Wie er sein Leben für dich gelassen hat. Wie er mit jedem Tropfen Blut an dich gedacht hat. Als er da starb. Und wie er dir seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Perfektion jetzt einfach so schenkt. Erinnere dich an das. Und erinnere dich, wie du damals total begeistert warst. Wie du Zeit mit Jesus verbringen wolltest. Wie du die Bibel gelesen hast. Vielleicht am Morgen und am Abend und in der Freizeit. Erinnere dich daran, wie du Gebetszeiten hattest. Erinnere dich daran, wie du in der Gemeinde warst. Wie du dich gefreut hast auf den Gottesdienst, auf das Bibelseminar, auf den Gebetsabend. Erinnere dich daran, wie du allen Menschen von Jesus erzählen wolltest. Erinnere dich daran, wie du bereit warst, alles im Leben zu entfernen, was von Gott rennt. Auch wenn das mit hohen Kosten verbunden war. Erinnere dich daran, erstens. Zweitens, und tue Buße. Buße tun. Am besten können wir verstehen, was Buße ist, wenn wir uns den verlorenen Sohn vor Augen malen. Dieser Sohn ging von Gott weg. Er hat die Liebe verlassen. Und dann gibt es den Moment, wo er in sich kehrt. Und sich erinnert, was er beim Vater hatte. Und dann kehrt er um. Das meint Buße tun. Umkehren. Sich abkehren von diesem Leben ohne Gott. Und dann heimkehren. Und der Vater steht mit offenen Armen bereit und nimmt den verlorenen Sohn auf. Und das ist das, was heute Morgen der Vater für uns bereit hält. Er öffnet seine Arme und sagt, kehre zurück in diese erste Liebe. Tue Buße. Vielleicht musst du heute Morgen eingestehen, ja, ich habe in meinem Leben die Beziehung mit Jesus vernachlässigt in letzter Zeit. Ich habe nicht mehr so die Bibel gelesen. Ich habe nicht mehr so Gebetszeiten gehabt. Ich habe Jesus auch nie mehr angebetet. Vielleicht auch so ein Hinweis, wenn wir nur immer bitten und nie anbeten, dann ist das Herz wahrscheinlich schon relativ kalt für Jesus. Vielleicht musst du auch eingestehen, ja, ja, ich habe eine Sünde im Leben begonnen zu tolerieren. Gibt es etwas, was mir wichtiger ist als Jesus? Oder vielleicht, ja, ich habe in letzter Zeit so im Selbstmitleid gebadet. Selbstmitleid ist nichts anderes als eine versteckte Form von Stolz. Man nimmt sich selbst unendlich wichtig. Vielleicht ist heute der Moment, wo man sagt, und ich gestehe ein, ich habe mich selbst so wichtig genommen. Ich war enttäuscht. Aber es steht mir eigentlich nicht zu, enttäuscht zu sein. Tue Buße. Und dann, tue die ersten Wirke. Nicht lebe die ersten Gefühle wieder auf. Nein, tue die ersten Wirke. Also es geht darum, dass wir das tun, was wir taten, als wir verliebt waren. Als wir voller Feuer für Jesus waren. Dass wir wieder das tun. Dass wir wieder neu die Gemeinschaft mit Gott suchen. Dass wir wieder beginnen, anderen von Jesus zu erzählen. Als ich dann doch irgendwann mal den Mut hatte, auch zu meinem Glauben zu stehen, das war noch eine eher schwierige Geschichte. in meinem Leben. Da hat das meinen Glauben extrem belebt. Zu Jesus zu stehen, Glaubensfragen zu beantworten und dann zu merken, wie Jesus mich so braucht. Aber auch zu merken, wie abhängig man plötzlich von Jesus ist. Müsst nur zu Jesus stehen, dann merkt ihr, wie abhängig ihr seid. Was da für Fragen kommen und was man sonst noch erlebt. Aber das belebt das Glaubensleben. Dann tue die ersten Werke. Sich radikal trennen von dem. Die Epheser haben Zeugs verbrannt. Aber erlebt, wie ein junger Mann mit mir zusammen seine Zigaretten verbrannt hat. Also wir haben sie begraben dann. So als Zeichen, wir lassen das los. Oder ich erinnere mich an ein Neujahrslager. Da kam ein junger Mann aus dem Zimmer, hat gerade einen Neuanfang mit Jesus gemacht und er nahm seine Cedes, die gebrannten, und hat sie zerbrochen. So als Zeichen, das lasse ich los. Das habe ich nie bezahlt. Das darf ich auch nicht haben. Zack, verbrochen. Diese Musik. Ich weiss auch von einigen in unserem Gemeindekontext, die damals, als sie zum Glauben kamen, all die Magie und was Zeugs alles verbrannt haben oder weggegeben haben. Sich gelöst haben von gewissen Dingen. Und vielleicht ist heute der Moment, wo man wieder mal sagt, und ich lasse das los. Ich trenne mich, egal ob es 5 Millionen oder wie viel auch immer kostet, zusammengerechnet. Ich muss euch sagen, in meinem Leben gibt es immer mal wieder den Moment, wo ich merke, ich sollte etwas loslassen. Und ich merke das dann, wenn ich in der Bibel lese, so die sanfte Stimme, beim Gebet, oftmals bei mir, auch beim Abendmahl so, denke ich, ja Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben, danke, hast du dein Leben für mich gegeben, ich gebe dir meins auch, aber, und in meinem Leben ist das manchmal so ein Kampf, ich gebe es ehrlich zu. Denn ich liebe ja das, was ich loslassen sollte. Und ich mache es dann nicht immer gerade sofort so. Ein langer Kampf so. Dann lasse ich es los, dann doch irgendwann einmal. Dann denke ich so, jetzt bin ich frei. Und dann kommt der Teufel und bietet schon das Nächste an, oder? Weil er ein Ziel hat, in deinem Leben dich von der ersten Liebe wegzureissen. und er weiss genau, wie er das tun muss. Oftmals nicht mit etwas, was uns total von Gott trennt, sondern etwas, was uns von Gott ablenkt. Ablenkung ist oft die stärkste Waffe gegen die erste Liebe. Habt ihr den Eindruck, dass der Heilige Geist heute Morgen durch diesen Brief auffordern möchte, zur ersten Liebe zurückzukehren? Vielleicht bist du heute hier und denkst, ich habe noch gar keine erste Liebe. Dann lade ich dich ein, heute Morgen in diese Beziehung zu Jesus zu kommen. Zum ersten Mal zu sagen, Jesus, ich komme zurück zu dir. Ich komme in deine Gemeinschaft. Lade dich ein, im Anschluss an den Gottesdienst hier nach vorne zu kommen. Wir helfen dir gerne, wenn du eine Beziehung mit Jesus starten kannst. du deine Sünden in Jesus bekennen kannst und Jesus im Glauben als Herrn annehmen kannst. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist bei mir schon ein paar Jahre her, so dieser Moment, den wir auch Bekehrung nennen. Aber ja, ehrlich gesagt, meine erste Liebe ist wie nicht mehr da. Es ist nur noch ein Ritual, es ist nur noch anstrengend, nur noch ein Krampf. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, wieder zurück in diese Beziehung, in diese erste Liebe zu kommen, in diese intime Beziehung zu Jesus. Möchte ich ermutigen, dich daran zu erinnern, wie es mal war, dann Buße zu tun. Oh, das braucht viel Demut, Buße. Stolz zu überwinden. Und dann zu entscheiden, Jesus, ich möchte dir wieder den ersten Platz in meinem Leben geben. In der Jugendgruppe haben wir neu so ein Büchli, so ein Notizheft. Wir haben die Jugendlichen ermutigt, das mitzunehmen und dann immer so aufzuschreiben, so was ist der nächste Schritt, den Jesus mit mir gehen möchte. Und vielleicht gibt es heute den einen oder anderen, der wie in seinem Notizbuch, ob imaginär oder auch nicht, wie einen Satz aufschreiben sollte. Vielleicht ist es bei dir dran, dass du sagst, heute Morgen, ich möchte wieder neu regelmässig in der Bibel lesen. Vielleicht bevor ich zur Arbeit gehe oder nach der Arbeit oder in der Mittagspause oder was auch immer, möchte ich dann neu in der Bibel lesen. Und ich möchte wieder neu. Jemand sagt mir letztendlich, ich habe mich für diesen Kurs angemeldet, weil ich wieder mich entscheiden wollte, in der Gemeinde zu sein, nach dieser Zeit, wo man da nicht so dabei sein kann. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo man wie neu entscheiden muss und ich bin auch wieder dabei. Dienstagmorgen, Gebet, Mittwochabend, Gebet. Ich bin wieder dabei, die Gemeinde sich trifft. Und vielleicht muss auch jemand etwas aufschreiben, wovon er sich trennen sollte, was viel kostet. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist. Und ich danke dir für deine unendliche Liebe für uns. Dank dir, dass du immer noch die erste Liebe für mich hast. Und Jesus, du weisst um meine und um unsere Liebe zu dir. Und vielleicht musst du mir und uns heute Morgen sagen, du hast deine erste Liebe verlassen. Bitte dich, dass du jetzt durch die Reihen gehst und sprichst und aufzeigst, wie es um unser Herz wirklich aussieht. Und Jesus, ich bitte dich, wenn wir uns heute entscheiden, diese drei Schritte zu gehen, dass du uns hilfst. Dass wir uns wieder erinnern an das, wie es mal war. Dass wir umkehren und Buße tun heute, vielleicht sogar sichtbar. Und dass wir uns heute Morgen entscheiden, ich möchte diese ersten Werke wieder tun. Das tun, wie es mal war. Jesus, hilf uns, hilf mir bei dieser Umsetzung. Amen.